Was ist die Bodensee-Landschaft? Das ist eigentlich nicht dieses Lebendige des Hintergrunds, sondern es ist das Meer, das Wasser. Das ist sein Thema als Norddeutscher. Und dieses Meer gestaltet er in bestimmten Entwicklungen der Farbe, die Tiefenverläufe darstellen. Also diese unendliche Weite. Hier ist die Unendlichkeit verstellt mit der Uferlandschaft, dem Gebirge und dem Himmel. Also der Blick hat ein Ziel. Sein Hauptanliegen ist eigentlich die Grenzenlosigkeit des Blickes in die Unendlichkeit. Aber diese sehr, sehr sympathische Malerei hat noch ein Geheimnis. Er baut tatsächlich in die Oberfläche Sandstrukturen, wie man sie am Meeresstrand findet, ein. So dass man gewissermaßen von diesem Weg, von der Erde in die Unendlichkeit etwas mitnimmt. Das, was man an den Füßen trägt. Den Staub, das Ich, das Selbst. Und dann geht man über diese Fläche in die Tiefe, in den Raum, sozusagen aus dem Alltag hinweg.